Was machst du, wenn du antriebslos bist und irgendwie überhaupt keine Motivation hast? Irgendwie ist das nicht dein Tag heute. Draußen ist es so düster, so dunkel und du kommst nicht in die Gänge. Viele von uns nehmen dann ganz gerne etwas Süßes. Dann verspüren wir so richtig Power, oder? Wow! Die Luzerner Zeitung sagt aber Folgendes. Ist jemand viel Süßes, hat er einen konstant hohen Insulinspiegel. Ist das schlecht? Die Medizinische Universität in Tübingen sagt, wir wollten herausfinden, wie sich Insulin auf das Dopaminsystem auswirkt. Dazu erhielten Personen einen Nasenspeh Insulin. Wird Insulin über die Nase aufgenommen, gelangt es direkt ins Gehirn. Nun, was ist die Auswertung? Was haben Sie erlebt? Was haben Sie gesehen? Die Auswertung zeigte, dass das Insulin den Dopaminspiegel senkte und zu Veränderungen in der Netzwerkstruktur des Gehirns führte. Das ist mal krass. Dr. Professor Martin Hini, was sagt er also? Wir essen etwas Süßes. Wir denken, boah, jetzt haben wir Power. Dann wird aber gleichzeitig Insulin eingeschossen. Unser Insulinspiegel steigt. Und was passiert dann? Blöderweise, Dopamin geht runter. Professor Martin Hini sagte, wir konnten zeigen, dass Insulin in der Lage ist, den Dopaminspiegel im Striatum des Menschen zu senken. Was ist denn ein Striatum, bitteschön? Das ist, Striatum gehört zum Großhirn des Menschen. Dort hast du den Sitz für Motivation, für die Emotion, für die Bewegung und für viele kognitive Funktionen. Man nennt es auch die Exekutivfunktionen. Dort planen wir, dort entscheiden wir, dort haben wir unser Arbeitsgedächtnis, dort verwerten wir Feedback und dort handeln wir auch gegen Gewohnheiten. Sprich also, wenn du merkst, es ist alles durcheinander, die Organisation läuft nicht gut, du schiffst Schwerentscheidungen, du kannst in der Arbeit nicht mehr viel was merken und du kannst mit Feedback nicht umgehen und irgendwie auch deine Gewohnheiten nicht ändern, du hast überhaupt keine Lust, dich zu bewegen, das ist ein echter Leistungsabfall und eine Antriebslosigkeit. Dann wird es daran liegen, vielleicht ist das auch die Formel, wie du es umdrehen könntest, damit das hier wieder in deinem Leben steigt.